kann ich mich grad noch so erinnern ja stimmt ja hier habe ich neun kills in einer minute gemacht siehst du leute sieht ihr leute er hat sogar in lucky landing in einer minute neun kills gemacht naja das muss man auch erstmal schaffen kranker scheiß das war season 3 sogar es waren noch nicht so krasse tryouts aber ich hab so los gottes gut dafür hat auf jeden fall von jedem einzelnen von euch ein abo verdient ganz easy einfach hier auf den link klicken dann könnt ihr den kanal von meinem Bruder kostenlos abonniert sie haben wir haben Mockler und schausten Automatgenau in meinen Automaten lagen nur den Wunderschönen ja so und wie gesagt Leute wenn ihr mitzocken wollte einfach auf dem Kanal von meinem Bruder und hiermitglied werden könnte die sie einfach geil so machen und erhält wie gesagt weitere Vorteile dass ihr einmal Werbung für euren Kanal machen könnt dadurch selber YouTuber werden könnt dann kriegt ihr natürlich noch von mir exklusive Logos und Emojis und ja ihr könnt halt noch Mod werden so bei beiden Kanälen genau das sind ja die neusten Vorteile jederzeit kündbar und jederzeit kündbar genau das genauso wie Netflix jederzeit kündbar ich hab ne Acker hier für dich äh ob ich schwarzen Ritt hab ja sieht man ja mein Bruder aber nicht das ist ja ein lustiger achso ne du hast kein schwarzeres schwarzeres schilderskinniger den feiert man ich hab den skin jetzt voll ich hab den skin jetzt voll hast du gut schub an ne leider nicht hab ihn mir leider nicht geholt als ich äh schon also ich spiel ja seit Season 0 aber wie gesagt ich hab ihn halt einfach Cool Trooper nicht geholt ja aber da weiche Cool Troopers und selten der Grüne auch der Niedernis selten schwarzer ist natürlich einer der seltenen skins überhaupt so naja was will man jetzt machen ne fahrt man sich leider nicht holt streamt dein Bruder auch natürlich die geht deswegen einfach auf den Link gehen und mein Bruder kostenlos abonnieren weil er heute natürlich auch auf seinem Kanal wieder streamen will und wie gesagt er macht eine geile Gameplays und sehr viele Kills deswegen sage ich ja immer auf den Link klicken und dann könnt ihr direkt bei ihm vorbeischauen könnt ihr könnt als seine Gasten Gameplays anschauen seine Gasten Streams die er halt jeden Tag macht ihn also also er weiß das ist ein paar Unternehmer und der Gründer ist ein paar Hunde und er hat Boxingman 3400 das verstehe ich schon noch sechs Abos dann hat Boxingman 3400 ja 3400 wäre schön aber es wäre auch schön wenn ihr bei meinem Bullet die 200 Abos erstmal knacken würdet und äh das aller schön zu überhaupt wäre wenn ihr es schaffen würdet einfach bei ihm 1000 Abos zu erreichen das würde ich wirklich ultra krank freuen die aber schafft man bitte erstmal die 200 Abos das wäre echt richtig schön Lofemilio 0951 VIP Mitglied Big Alibani and here is the link URL URL why heist Dirk Milvon Dine Brüder wie heißt der Kanal von deinem Bruder Boxingman Bro du kannst aber auch einfach auf den Link klicken und dann kommst du direkt auf dem Kanal von meinem Bruder ganz easy einfach auf den Link der gerade hier im Chat ist wo drauf steht Boxingman Bros hat den Link reingeschickt so sieht man Da musst du gar nicht wissen, wie der Kanal heißt, sondern einfach nur auf den Link klicken und dann bist du direkt drauf. Gratis. Aber so, dein Kanal heißt einfach Boxing Man Bra. So. Frau, Richtung Sohn. Let's go. Ja. Ich hab grad noch einen Hose gesehen. Ich komme mit Powerboot. Da sind viele Gegner, ne? Pass auf. Ich weiß, ich bin im Busch. Ah, okay. Ich dachte schon, wer ist grad im Busch? Das bist du einfach. Oh, habt ihr gehört? Die sind unten. Ja, stimmt. Oh, gehst du einfach rein! Weil ich krass bin. Ja. Ja, doch. Ich bin nicht bescheidig. Nein. Oh mein Gott. Ich muss ich trinken. Ich will keinen Bescheid, dass das über Dynanid oder so. Dagegen? Oh mein Wokenslohnsohn! Eire Digga! Geil, Mann. Dass das einfach funktioniert hat, dass sie dann nicht dagegen bauen konnten. Geil. Äh, ich hab nur Minis für dich. Äh, Madkit hast du selber. Super. Dein Bruder hat ein Abo mehr, hab abonniert. Danke, Niklas. Ehre Digga. Wie gesagt, er freut sich über jeden Abo und jeden Like. Und, wie gesagt, er grindet dafür echt hart. Zieht halt echt durch. Seine Videos haben auch echt gute Qualität und so. Also, ist heftig. Und dafür, dass er nur 184 Abos hat, macht er das echt ziemlich gut. So. Deswegen auf jeden Fall hat er viel, viel mehr Abos verdient, als er jetzt schon hat. So. Deswegen einfach kostenlos abonnieren. 1000 Abos wären richtig nice. Genau. 1000 Abos wären richtig nice. Vielleicht sogar ab 1000 Abos ein Abo Special. Kann auch sein. Genau. Ja, mach doch. Ab 1000 Abos ein Abo Special. Machen wir einfach. Wäre doch geil. So, Leute. Ganz easy. Wenn mein Bruder 1000 Abos erreicht hat, macht er natürlich ein Abo Special. Deswegen ist es auf jeden Fall nice. Aber, aber was Besonderes, was sie in... Was richtig Besonderes. Du wisst schon, was es ist. Aber ich verrate euch mal nicht. Oh, du bist aber echt weit geflogen. Warum heißt Dirk Null von deinem Bruder? Schreibt eure Vermutung in den Chat. Wie heißt der Kanal von deinem Bruder? Boxing Man Bro. Geh einfach auf den Link und dann kommst du direkt auf den Kanal von meinem Bruder. Deswegen schicke ich auch den Link hier die ganze Zeit in den Chat rein. Dann könnt ihr ganz easy auf den Kanal von meinem Bruder hingehen. Müsst ihr gar nicht wissen wie der heißt. Müsst ihr gar nicht bei YouTube eingehen. Sondern müsst einfach nur auf den Link klicken. Was viel, viel einfacher ist. Und dann seid ihr direkt auch schon auf dem Kanal von meinem Bruder. Ja. Ja, alles easy. Ja, alles easy. Ja, alles easy. Ja, weil ich noch loote. Ich bin... Du weißt doch, ich bin Lootman. Ich loote. So, Digga. Stauber, 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 ihr seid eh mann Dicke. Bei mir streamt er nicht. Ja, der streamt natürlich nicht jetzt, weil ich ja gerade streame. Aber er wird natürlich morgen und vielleicht auch heute wieder streamen. Also, mal schauen. Heute streamen. Aber wie gesagt, er ist jeden Tag halt online. Also, ganz wichtig. Okay. Ja, ich bedanke. Ja, ich bedanke. Ich bin über. Okay, gut. Ab eingehattet. Ab ein. Ab ein. Hand im Zeug. Lol. Wir haben einfach gleichzeitig geschossen. GG. Raketen wäre verregelt, Digga. So, wie gesagt, Leute. Einfach auf den Link klicken, dann kommt ihr direkt auf den Link. Kanal von meinem Bruder und könnt ihn auf Ehrenbruder Basis kostenlos abonnieren. Url. Gutter. Ich brauche ein bisschen Wockerfiel. Ich hab nur einen Schuss. Was brauchst du? Ob du mitspielen kannst, kannst du, wenn du bei uns beiden Mitglied bist. Nice. So. Das ist easy. Rollerst du das im Niveau? Bei kommt gleich wieder. Okay, Niklas. Okay, es sind ja nicht mehr viele am Leben, ne? Noch zwölf. Easy win, Alter. Ja. Oh. Die Gegner hat bei dir waren auch nicht so gut. Ja. Die waren okay. Das waren jetzt nicht die beste Spieler in der Welt. Aber die haben meistens nicht gebaut, das war hier ein Problem. Ja, haben wir gemerkt, ne? Die versuchen irgendwelche Treppen da zu bauen, aber haben keinen Plan davon. Ja, auch. Ich hab schon zwei Slurfer, Digga. Wie geil. Boah, gib mir gleich ein. Du bist schon zu weit vorne, Mann. Du bist schon wieder zu weit vorne. Nee, ich komme. Zurück. Danke. Dann kann ich mich stoppen und dann können wir was. Machst du den Sichelschläger? Du meint die Sense? Ja, die Sense ist geil, Digga. Machst du auch Abo-Zock oder Customs? Ne, es gibt hier nur mit wieder zocken. Den Sichelschläger im Shop, meine ich. Ich fühl die Sense. Die hört sich doch nur so an. Hoffentlich kennst du mich noch. Hoffentlich kennst du mich noch. Boah, natürlich nur Reteen. Schön, dass du da bist, Digga. Ich hab von hinten angekossen. Das meine ich. Shit. Nein. Ich hab einen AP. Einfach nur, weil ich keine Mets hatte. Ich hab einen. Nice. Ich kann nichts machen. Ich bin tot. Ich hab ihn getroffen. Ich hab keine Mets. Mal runtergeschossen. Wenn hier alles was war, komm mal her. Noch mal runtergeschossen. Ich hab einen. Oh, dich ein. Okay, hast recht, hast recht. Komm mal her. Scheiße, Digga. Ich heil mich, heil mich. Okay. Hier, Mets, Mets, Mets ganz schnell. Tack. Nimm alle Mets, die ich da hingelegt hab. Ich hab jetzt versucht, sein Maid zu heilen. Nee, ich hab ihn gefündet. Was abgehauen. Digga. Nee, er haut ganz ab. Hast du noch Slips? Äh, ich hab noch einen Slipper, ja. Kann weggehen. Hey, danke. Ich hab selber grad echt verkackt, Digga. WTF, Digga. Sag ja. Was? Null Filz, ne? Äh, ja, ja, ja. Ich hab grad echt verkackt, also. Kein Plan. Den gelieft grad ist so fast. Du kannst dann Double-Wox-Law. Ich muss mich echt noch ein bisschen mehr einspielen, das ist echt noch. Grad nicht so mein Level, wo ich grad bin, ey. Na? Das kann ich viel, viel besser. Hier ist ein Box-Law. Hier ist ein Box-Law. Da brauchst du noch ein Zweifel, oder? Boxing-Man, kennst du mich noch? Boxing-Man, kennst du mich noch? Ja, natürlich nur eine Thing-Kenn ich dich noch. Du bist doch eigentlich La-Familie, oder nicht? So. Oh, ich hab dir gerade eben was gesagt. Was hab ich dir grad gesagt? Der Korb hat sich zugehört. Ja, ja, weil ich hab was grad beantwortet. Brauchst du einen zweiten Mock-Launcher? Ich brauch Pony. Ich hab einen für dich. Mitglied. Nee, hab ich nicht. Sorry. Absolut. Okay, immerhin etwas. So. Echtig. Ich hab noch Minis für dich. Ich hab noch Minis für dich. Ich hab noch Minis für dich. Hallo, was zu? Warte, ich guck was passiert. Ja, ja, komm her. Ich guck was passiert. Ja, super. Ja. Einbauen ist immer schlecht, weil ich dann nicht weiß, ob die Gegner klauen. Ich brauch nicht so viel Minis, ich brauch nur einen. Sonst hab ich keine. Ja, gib mir dann die anderen Zoll. Okay. Okay. Leise. Okay, jetzt dreht durch, jetzt dreht durch. Egal, Yolo. Boah, ich wollte kraschieren. Nein! Nein! Er hat 7-Bot. Ey, er finischt mich bis dann. Pass auf. Ich füge ihn schnell. Er kommt zu mir. Er will mich finissen und eben healen, ne? Schön mach. Ist er jetzt bei dir? Pass auf, Trap. Ja! Pass auf, die Trap, die Trap, die Trap! Gut. Okay, bleib kurz stehen. Gut gemacht. Ja, guck mal, guck mal, wenn, wenn ich so gut sein muss, dann bin ich auch gut. Sonst nicht. Ehrlich. Wenn sein muss, mach ich nicht. Das war unwirklich mit der Trap. Äh. Ungemein. Ja, ich hätte die auch nicht gesehen. Ich hätte die auch nicht gesehen, safe nicht. Ich habe heute 11 Kill Solo Sieg gemacht. Du riechst, stabil, Junge. Ich bin eh. Ich bin eh. Ich bin eh. Hast du noch ein Big Nass? Äh. Ne, ich habe noch Minis mehr nicht. Aber Big Nass auch nicht mehr. Ich habe schon Minis getroffen. Wir müssen weiter. Ich habe so viel Metz Grad bekommen. Meine Güte. Da liegt auch noch bisschen Holz. Da liegt Holz. Was? Nimm mal mit. Gut. Biss... Bisschen mehr... Brauche ich noch. Ich habe vier Schuss. Wie brauchst du? Ich habe einen Schuss auf Rocket Launcher. Okay. Ich gebe dir noch ein. Ich bin voll mit dem Metziger. Das muss ich werden. Let's go. So. Nicht vergessen Leute. Einfach auf den Link klicken. Dann könnt ihr den Kanal von meinem Bruder kostenlos abonnieren. Wie gesagt, er würde sich über jeden Abo und jeden Like sehr freuen. So. Wie gesagt. Jeden Tag online. Geile Gameplays. Geile Challenges. Richtig guter, talentierter, kranker Spieler mit 13 Jahren schon hier. 19 Kills rausgehauen. Mehrmals. Also. Kranker Typ. Komm mal mit, bro. Hier ist Mergan fast. Du musst mal. Ich lass mich schauen. Noch drei Spieler. Hier ist... Es 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 ist... Ja, genau. Deswegen benutze ich gerade die Flugteile. Und... Da bin ich direkt dort. Und der Berg... Der Berg ist oben. Der eine ist unten und baut einfach nichts. Das geht aber vorhin. Ich muss deswegen auch sterben. Sorry. Oh mein Gott. Okay. Er ist Bogenspezialist. Aufpassen. Ich hab mir ein bisschen Müd gesnackt. Also einen von ihm habe ich dauernd. Einen ist einer. Das heißt, die beiden oben sind alle Solo. Ohhhh. Ich brauche Hilfe. 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 Nicht runterschießen, sonst sterbe ich. Nee, ich brauche Hilfe. Ich brauche Hilfe. Ich brauche Hilfe. Ich brauche Hilfe. Er fällt. 60er Schaden. Ich habe einen Schaden geklaut. Ah ja, 60er. Bei mir steht es ja nicht. Er ist drin. oh mein gott ich werde fast gestorben ja komme da oben die doch noch geholt ja geil er hatte noch ehre dicker epischer sieg hier mit boxing deswegen müsst ihr auf jeden fall bei ihm einen like da und ein abo da lasst ganz easy einfach auf den link klicken leute geil geil leute geil geil geht's go die hier